Hallo und herzlich willkommen auf Unboxing Saatalks zu einem neuen Video. Heute habe ich das zweite von drei Volumes von The Rolling Girls. Das erste Volume packe ich mal einen Link mit in der Beschreibung sowie einen Kauflink für Amazon zu diesem Volume. Das ganze kommt natürlich wieder mit einer O-Card. So sieht es von vorne aus, da haben wir natürlich die Seite und die Rückseite. Es sind Episoden 5 bis 8 drauf, das heißt für Stück also 100 Minuten. Und das Inlay hat wieder eine andere Artwork, was ich aber auch nicht schlecht finde, das gefällt mir auch richtig gut. Und dann gucken wir mal rein. Hier haben wir die Scheibe, es sieht genauso aus wie das erste Volume, nur weil das Volume 2 draufsteht. Hier haben wir noch ein Wendecover ohne das FSK Logo und ein Buclet. Ne, kein Buclet, ein Pustier. Man sollte vorher mal lesen, was hinten draufsteht auf der Packung, das habe ich jetzt vertrieft. Aber so sieht das Poster aus. Finde ich gar nicht schlecht, gefällt mir richtig gut. Ja, mehr zu zeigen gibt es zu dem zweiten Volume jetzt auch nicht. Aber sagen wir mal so, ich habe das erste Volume schon angefangen und die Synchronisation gefällt mir bis jetzt ganz gut, ist gut gelungen, passend zum Anime halt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.